Hallo und herzlich willkommen zu der Tag auf LendeTV. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind. Wussten Sie eigentlich, wer die Spülmaschine erfunden hat oder die Moonboots? Mich hat das interessiert. In der neuen Ausstellung der Innatura Tüftel-Genies wurden meine Fragen beantwortet. Rund um das Thema Erfindungen eröffnete die Innatura Dornbirn ihre neue Ausstellung. Für die Direktorin ein Grund zur Freude. Wir freuen uns sehr, dass es wieder losgeht. Wir freuen uns sehr auf die Eröffnung unserer neuen Sonderausstellung, die Tüftel-Genies. Es hat lange, lange gedauert, dass wir wieder eine neue Sonderausstellung ankündigen dürfen. Es ist soweit. Wir sind gespannt, dass es losgeht und freuen uns natürlich auf viele Besucherinnen und Besucher. Hinter der interaktiven Ausstellung steckt das Grazer Kindermuseum Frieda und Fred. Für Direktor Jürg Etreiber gibt die Ausstellung rundum Einblicke für Groß und Klein. Die Ausstellung Tüftel-Genies ist eine Ausstellung rund um das ganze Thema Erfindungen. Und wir haben uns ein besonderes Konzept überlegt, nämlich, dass man weniger erklärt, wie so Erfindungen funktionieren, sondern mehr, wie sind sie zustande gekommen. Also mehr die Geschichten der Menschen auch zu erzählen, der Erfinderinnen und der Erfinder, weil ja auch so ein bisschen die Idee ist, in uns allen steckt ein Erfinder, eine Erfinderin drinnen. Und alle können wir was noch erfinden. Und deswegen wollten wir diese Geschichten vor allem erzählen. Und das Besondere dieser Ausstellung ist jetzt, dass es ganz viele Stationen gibt, die die Erfindungen zeigen. Und man muss alle diese Erfindungen aber auch anwenden jetzt, um die Geschichten hinter den Erfindungen zu erfahren. Die Ausstellung kommt vom Grazer Kindermuseum Frieda und Fred. Und wir machen Ausstellungen, uns gibt es seit circa 20 Jahren, und wir machen laufend neue Ausstellungen, die wir dann auch auf Reise schicken in viele, viele verschiedene Länder. Und wir entwickeln auch verschiedenste andere Projekte auch. Zu uns gehört aber auch ein Science Center dazu, also ein naturwissenschaftliches Haus, ein bisschen wie hier auch. Ja, ganz verschiedenste Projekte eben. Natürlich hier stehen wir bei dem Benz Motorwagen, repräsentiert natürlich diesen ganzen technischen Fortschritt auch durch das Automobil. Und es ist auch eine schöne Geschichte, weil ja die Bertha Benz ihrem Mann zeigen wollte, dass seine Erfindung längst schon funktioniert. Und er hat noch nicht daran geglaubt und hat ihre beiden Söhne geschnappt und ist dann eben von Mannheim nach Pforzheim gefahren. Und man kann das, was die auf dieser Reise erlebt haben, so diese ganze Erfindergeschichte und was sich drumherum auch teilweise so als Dramen abgespielt hat, alles miterleben. Und deswegen ist es natürlich ein besonders schönes Objekt. Für den Besuch sollte man sich auf jeden Fall genug Zeit einplanen, um auch alle Ausstellungsstücke ausprobieren zu können. So empfiehlt es die Innatura-Direktorin. So viel Interaktion hat es in diesem Museum laut der Direktorin noch nie gegeben. Die Ausstellung Tüftel-Genies wird bis November zum Sehen sein. Wir blicken jetzt noch auf die Meldungen. Die Impfpflicht in Österreich werde seitens Befürworter in erster Linie als präventives Instrument gesehen, sagt Maria Kletetschka-Pulka der Medizinischen Universität Wien. Das Gesetz ist ein massiver grundrechtlicher Eingriff, doch als Rechtfertigung dafür würde der Schutz des Gesundheitssystems ausreichen. Grundsätzlich, wenn man sagt, es würde nicht ausreichen, dann wären wir wahrscheinlich immer mit jeder Impfpflicht zu spät. Wir haben es gesehen, wir brauchen ungefähr ein halbes Jahr, um so ein Gesetz überhaupt in Kraft treten zu lassen. Insofern ist es gut, finde ich, dass man jetzt den Rahmen hat. Und es ist ja noch nicht ganz auf Scharf gestellt. Die Expertin wäre für ein generelles Impfpflichtgesetz, mit dem im Hauptausschuss im Nationalrat schneller reagiert werden könne. Was jetzt, finde ich, ein bisschen im Vergessenheit, oder auch geraten ist über diese allgemeine Diskussion, darf das Impfgesetz überhaupt bleiben? Ist der Grundrechtseingriff überhaupt jetzt gerechtfertigt oder nicht? Ist die Impfpflicht für die Gesundheitsberufe und alle Personen im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten? Die braucht es meines Erachtens unbedingt. Also ich finde, da gibt es wenig drüber zu diskutieren, weil die Pflege- und Gesundheitsberufe oder die Institutionen verpflichtet sind, dass Patienten sich nicht durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anstecken. Das sind vor allem auch Patienten, die ein sehr schwaches Immunsystem haben. Mit einer freiwilligen Herangehensweise die Impfquote zu erhöhen, würde als nicht zulässig gelten. Durch Aufklären alleine käme man nicht weiter, so Kletetschka-Pulka. Und zur Frage, ist jetzt der Grundrechtseingriff gerechtfertigt oder nicht, und dass man es eben auch nicht vorbeugend macht, darüber kann man wahrscheinlich viel diskutieren. Vertragsverletzung in Sachen Whistleblowing, das wirft die EU Österreich nun vor. Beim Whistleblowing geht es um Aufdecken und Weitergeben von Missständen oder kriminellen Machenschaften durch internen Zugang im Unternehmen. Für die Umsetzung der Richtlinien gab es Zeit bis 17. Dezember 2021. Nun hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet, so wie für insgesamt 23 weitere EU-Staaten. Und Pkw am Bödele abgestürzt. Am Freitagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf Beschneiderfahrbahn. Mit einer Rettungskette von Feuerwehr, Rettung und Polizei konnte das beschädigte Auto geborgen werden. Der 20-jährige Lenker blieb beim Unfall unverletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein sonniges Wochenende steht uns bevor. Für weitere Informationen bleiben Sie jetzt noch dran fürs Kachelmannwetter. Von unserer Seite war es das jetzt auch schon. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Heute zusammen beim Ländle-TV Wetter. Die Semesterferien starten und wir schauen, wie das Wetter wird. Es gibt Sonnenschein am Samstag und am Sonntag, tolle Wintersportverhältnisse. Aber es sei gesagt, es klingt zwar etwas abgedroschen, aber die Lawinegefahr ist nach wie vor nach diesen Schneefällen vom Freitag. Speziell im Höhenbereich von 2000 Meter aufwärts durchaus erheblich bis groß. Also aufgepasst, bleiben Sie auf den gesicherten Pisten. Sonst das Wintersportwetter optimal am Wochenende. Es gibt Sonnenschein und auf 2000 Meter am Samstag minus zwei, am Sonntag plus ein Grad. Schauen wir jetzt im Detail auf das Wochenendwetter. Und das ist relativ rasch erklärt. Es gibt Sonnenschein im ganzen Land. Ein Hochdruckgebiet liegt über Mitteleuropa. Wir starten am Samstagmorgen so mit minus vier, minus fünf Grad im Montafon. Im Rheintal minus ein bis minus zwei Grad. Maximal ein paar letzte hochnebelartige Wolkenreste, die am Samstagmorgen so über dem Bodensee, über dem nördlichen Rheintal liegen. Sonst Sonnenschein von früh bis spät. Richtig tolles, fast schon frühlingshaftes Wetter am Nachmittag. Die Temperaturen, sie gehen hinauf auf vier bis sechs Grad plus. Auf der Niedere auf 1700 Meter, da liegt die Null-Grad-Grenze. Und schauen wir auf Sonntag, auch da hält das Hoch noch einmal durch. Auch da heißt es Sonnenschein von früh bis spät, das im ganzen Land. Die Nacht ist kalt, weil sie klar ist. Das heißt, wir starten am Morgen mit minus zwei bis minus fünf, minus sechs Grad in den Tag. Am Nachmittag geht es hinauf auf sechs bis zehn Grad plus. Da gibt es schon wieder einen Hauch von Frühling. Das war es vom Wetter für Gott bei Ländle TV. Bei Betten Feuerstein in Dornwirn dreht sich alles um gesunden Schlaf. Von der Matratze bis zur Bettwäsche, gerne auch nach Maß und mit Liegediagnose. Betten Feuerstein, damit die Nacht mehr Freude macht. Fahrzeugbau, Feuerwehrtechnik und Lackierzentrum unter einem Dach. Weißer Fahrzeugbau in Rangweil hat sich auf Fahrzeugaufbauten aller Art spezialisiert. Du bist neugierig, motiviert und lernwillig? Du suchst eine Lehre mit Zukunft? Dann bist du bei Sola Messwerkzeuge in Götzes bestens aufgehoben. Bewirb dich jetzt für eine der acht Lehrberufe und werde Teil des international erfolgreichen Unternehmens. Ländle TV vor Adelberg Täglich um 12 und 23 Uhr auf R9 Regionales Fernsehen Österreich Ciao, Até've! 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020